Mein Name ist Thorsten Dietz. Ich bin bei uns im Hause Laufmeer Computersysteme zuständig für den Bereich Professional Service. Die Laufmeer Computersysteme sind seit ungefähr 15 Jahren SAPERON Partner und wir haben einen ganzheitlichen Ansatz und der Professional Service bei uns im Haus begleitet im Prinzip die Pre-Sales-Phase und die gesamte Projektumsetzung. Für uns ist die Partnerschaft mit SAPERON extrem wichtig, weil SAPERON ein Partner ist für uns auf Augenhöhe, der eben auch den Mittelstand oder den gehobenen Mittelstand fokussiert mit dem Partner gemeinschaftlich und Standardlösungen bietet, auf denen wir wieder eigene Lösungen aufsetzen können und damit auch für den Kunden ganzheitliche Lösungen schaffen können. SAPERON Laufenberg bieten momentan etwa drei Lösungen gemeinschaftlich an. Das ist angefangen bei dem ganzen Thema Accounts Payable, sprich die Rechnungsverarbeitung mit SAPERON auf Basis des Rich-Clients und auch eines Web-Clients, wo auch entsprechende positionsweise Verarbeitung möglich sind mit den Rechnungen. Dazu kommen zwei Aktenlösungen, das ist die Personalakte auf der einen und die Vertragsakte auf der anderen Seite, wobei die Personalakte jetzt gerade durch Laufenberg und die Firma Stratos in einem partnerschaftlichen Verbund auch in die Cloud gehoben wurde, auf SAPERON verfügbar ist und unter anderem eben auch demnächst mit einem Web-Client ausgestattet sein wird. Das Ganze wieder auf der ganzheitlichen Basis und den Lösungsansatz für den Kunden immer eine einheitliche, saubere Lösung zu haben, die wartbar ist und in Zukunft eben auch tragbar für den Kunden über die verschiedenen SAPERON-Personen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also bei unseren Fond du untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wirkliche Vielen Dank.